Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Wir sind auf Kurs. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich bin jetzt hier, die Some gold. Ich hab dann hier, die noch etwas zu vertreten. Die lassen uns mit rein. Äh, wo gehen wir hin? Jetzt sind wir auf dem rechten Wege. Der Weg. Gut, die Stadt ist verwirrend, aber das ist doch lächerlich. Er geht in die falsche Richtung. Der Weg in die Einschland ist sehr interessant. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Wir sind fast da. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Der Weg, der diese Gitarrauffriss, seid ihr? Letzte Woche habt ihr euren Bruder der Folter ausgeliefert. Senor, geht es euch gut? Ich hoffe, der Weg in die Einschland ist sehr interessant. Ich ging jetzt machen wir Zeit gut. Senor, geht es euch gut? Wir sind auf Kurs. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Ist das nicht die falsche Richtung? Gleich sind wir da. Der Weg, den ihr... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich hoffe, die lassen uns mitrein. Ist das nicht die falsche Richtung? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir Zeit gut. Ich hoffe, die lassen uns mitrein. Wir sind fast da. Bald sind wir hier fertig. So, da wollen wir mal erst mal gucken, ob wir... Wir sind fast da. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Césares. Porca Putana. Césare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Bende. Bende. Ha, 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 ha. Oh. Es fin saumein. Habt ihr short davon? Wir reparieren und ändern Wehnbauten, Fensterflüge, Schlösser und andere Haushaltsgegenstände. Wehnbauten, wir sind hier. Für euch. Gebt ihr Soldaten einen Rabatt? 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 Für den Bankier. Wer ist dagegen wenn es nicht kommt? Bess! Ich bin der Bankier. Hallo, ich hin. Grüß dich. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie in Frastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar, eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Ja. Wollt ihr? Geld für euch, Bankje. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borja. Cesare spricht gleich im großen Saal, Echelenza. Komm. Ich hoffe, du genießt immer. Ja, Echelenza, tu ich. Es gibt alles nicht viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge, die du machst, so nur, wenn ich einem Apfel siehe, pflücke. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen war es. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Wälder. Meine Mädels. Janosipare. Ich sah dich Geld von meiner Wache stecken. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt freiwillig. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Oh, sagst du, ich muss doch auch gar nicht was leben. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. So. Okay. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo. Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das her, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Was für ein alberner Mann. Was ist denn jetzt los? Scheiße. 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 Sie sind jetzt los. Ich bin dann los. Was zum Teufel macht ihr hier? Was zum Teufel macht ihr? 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 Zack Was zum Teufel macht ihr? 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 Das war's. 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 Erstmal hier, Brustschutz, genau. So, römische Schulderteilen. Besitz, besitz, besitz. Alles klar. Ah, okay. Rondellstiefel. Den Geschäftshaus beenden, um den Gegenstand zu kriegen. Geschäfts... Boah, das ist nicht euer Ernst. So, wie sieht's denn hier aus? Ich investiere jetzt mal was. So, ich hab jetzt 1900 Investing investiert. Neue Investitionen verfügbar in 20 Minuten. Dann kann ich wieder was investieren, oder was? Empfiehlt uns an eure Freunde. Oh, na, das nenne ich wahr, Kalsi. Oh, na, das nenne ich wahr, Kalsi. Okay. Okay. Mach ich jetzt an der Stelle erstmal einen Cut. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder mit dieser Mission. Bei der ersten Unterlagen. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute. Eszio Auditor, brave of you to stand alone against me, but also quite foolish, assassin. Keep on guard! Untertitelung des ZDF, 2020